Fluori mag vor allem eins, Brände löschen. Was er dagegen nicht mag? Die EU-Verordnung, die ihn ab dem 4. Juli 2025 verbietet. Statt Fluori soll dann Puro, ein fluorfreies Schaummittel, eingesetzt werden, das zwar umweltfreundlich, allerdings oftmals hochviskos ist. Doch ist Puro mit Ihrer Löschanlage überhaupt kompatibel oder brauchen Sie ein neues Zumischsystem? Wir von Firedos unterstützen Sie dabei. Wir untersuchen, inwieweit das vorhandene Gerät sowie die Saugleitung für das neue Schaummittel geeignet sind und wie Sie Ihr vorhandenes Zumischsystem fit machen können. Abgestimmt auf Ihr Unternehmen sowie Ihre Anwendungen zu einem fairen Festpreis und mit abschließendem Bericht. Gehen Sie auf Nummer sicher und fordern Sie jetzt Ihr individuelles Beratungspaket an. Test也可以 mit früher. L weekly Sieg da werden. Setsal fest. Vielen Dank.